Hallo Leute zu einem kleinen Informationsvideo. Ich wollte euch heute nur kurz sagen, dass es ein Angebot im App Store gibt. Jeden Tag kommt eine App raus, kostenlos, was es sonst ca. 79 bis 3,99 Euro kostet. Zum Beispiel Driver kostet normal 3,99 Euro. Gab es kostenlos bei Maiskelan erhältlich. Das wollten wir euch nur kurz sagen und dann bis nächstes Mal. Ciao!